Im heutigen Testbericht geht es um ein sehr spannendes Teil, einen Multifuel-Kocher der Extraklasse. Doch was dieser Kocher kann, was er nicht kann und warum er mich und einen halben Berg fast abgefackelt hätte, darum geht's jetzt. Willkommen zu einem neuen Testbericht bei der Alpen Academy. Zu Beginn möchte ich einwerfen, dass ihr die Testberichte ebenso unterstützen könnt, indem ihr eure Erfahrungen mit den Gegenständen oder vielleicht auch vergleichbarer Ausrüstung einfach mal in die Kommentare schreibt. Denn mein Erfahrungsbericht ist natürlich sehr präsent hier im Video, aber für alle Zuseher ist natürlich auch genauso spannend, was ihr vielleicht schon für Erfahrungen gemacht habt, damit man ein noch besseres Bild davon haben kann. Der heutige Soto Stormbreaker wurde schon vor einer halben Ewigkeit einmal mir zugesandt. Entschuldige bitte Johannes an dieser Stelle nochmal. Und war oft in Verwendung, jedoch konnte ich meinen Test bis vor kurzem leider nie vollständig machen. Jetzt ist es mir aber endlich gelungen, alle Aspekte des Kochers auseinanderzunehmen und deshalb kann ich jetzt endlich einen ehrlichen und vollständigen Testbericht hier stehen lassen. Beginnen wir einfach mal mit den harten Fakten, damit wir alle mal gleich am gleichen Stand sind. Der Soto Stormbreaker ist ein sogenannter Multifuel-Kocher. Das bedeutet, er läuft mit Gas, aber auch mit Benzin. Achtung, nicht mit Spiritus. Dabei schafft er eine Leistung von 3500 Watt, womit er schon ein echtes Arbeitstier im Vergleich zur gängigen Konkurrenz ist. Beim Gewicht kommt es natürlich auf die Nutzungsweise an. Mit der Ausstattung für die Gasnutzung liegt er bei schlappend 273 Gramm, also natürlich ohne die Kartusche. Bei der Ausstattung für die Benzinnutzung liegt er inklusive der Pumpe bei 443 Gramm. Benzin hier natürlich auch nicht eingerechnet. Zwischen 7,5 und 17 Zentimeter dürfen die Töpfe am Bodendurchmesser haben, wobei ich dazu am Technetisch gleich nochmal eine kleine Anmerkung habe, also erinnert mich daran. Das Besondere an diesem Kocher ist, dass er zwar Benzin verheizt, aber nicht wie der klassische Benzinkocher funktioniert. Denn bei diesem Kocher spart man sich das Vorheizen. Bei Gas muss man das ja sowieso nie, bei Benzin, bei anderen Herstellen aber oftmals durchaus. Soto hat hier also eine ganz eigene Idee entwickelt, wie man Benzinkocher etwas bedienungsfreundlicher bauen kann. Laut Aussage von Soto brennt der Kocher ab der ersten Sekunde kontrolliert. Ja, ich sag's mal so, die Aussage behalten wir mal im Hinterkopf. Grundsätzlich sind wir damit aber mit den Features im Großen und Ganzen durch. Wobei man natürlich das fehlende Vorheizen eigentlich wirklich betonen muss, weil es, wie gesagt, eine extrem dicke Innovation im Vergleich zu Benzinkochern von MSR, Primos & Co. ist. Aber gut, schauen wir uns doch den Kocher, die Kochleistung und das Drumherum jetzt mal genauer an. Und zwar nicht nur am Techniktisch, sondern auch mit sehr viel Videomaterial aus den praktischen Anwendungen. Los geht's. Wir können nicht alle Aspekte zu 100% ganz ins Detail durchgehen, weil dafür ist er einfach ein bisschen zu, es ist ein bisschen zu viel, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist also ein Multifuel-Kocher. Wir schauen uns erstmal die drei Komponenten an, die man braucht, beziehungsweise zwei, die man braucht. Das hier ist nur von Soto die, diese, ich weiß gar nicht, Navigator heißt, einfach die Töpfe halt. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, braucht man sich nicht unbedingt anschauen, gehört aber irgendwie halt auch dazu. Wir haben also hier ein kleines Päckchen mit der ganzen Ausrüstung, mit der ganzen Ausstattung und einmal die Flasche, in der immer noch absurd viel Benzin drin ist. Wenn wir unser Päckchen mal aufmachen, ist das Erste, was wir finden, hier die Pumpe. Und das ist insofern halt speziell, weil sie wirklich ganz anders ist als bei Standard-Benzinkochern. Du hast die komplette Regulierung hier direkt an der Pumpe dran. Die Teileverarbeitung ist brutal hochwertig. Also alles, was ich hier tue oder mache, ist schwergängig. Nicht im Sinne von schlecht, sondern im Sinne von, du merkst einfach, das ist wertig. Da gibt es keinen Spielraum, da gibt es kein Wackeln. Das finde ich halt super gut. Wenn wir hier jetzt schauen, das sind zwei Schläuche, die hier verlaufen. In dem einen ist auch noch ein bisschen Benzin drin. Das Prinzip ist das, Luft, Benzin, das hier sind die zwei Schläuche dafür. Deshalb ist es auch immer notwendig, wenn man nach den Bedienungsanleitungen liest, wird man da auch dahinter kommen, dass die Pumpe, das hier ist quasi der Standfuß der Pumpe, mit dem Standfuß für die Flasche integriert, so kann man das glaube ich am besten sehen, genau so steht, wie es da steht. Weil natürlich das Benzin sich nach unten absetzt, logischerweise. Und dementsprechend wird dann oben die Luft haben und unten das Benzin. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass das Ding so steht und nicht so steht oder so steht oder so steht. Weil dann macht das hier alles schon keinen Sinn mehr. Interessant an der Pumpe ist, wir müssen sehr viel pumpen. Also normalerweise bei Benzinkochern schaffst du es mit 20, 30 Mal, dass du genug Druck in der Flasche aufbaust, dass wenn du dann vorheizt und den ganzen Spaß machst, dass es dann funktioniert. Dadurch, dass du dir hier ein paar Arbeitsschritte ersparen kannst, brauchst du hier deutlich mehr Druck. Schönes Detail, du hast hier so einen kleinen Pin, der kommt durch den steigenden Druck raus und dann kannst du perfekt sehen, ob genug Druck in der Flasche ist. Das ist jetzt auch nichts Unübliches, aber ich wollte es mal erwähnt haben. 50 bis 70 Mal Pumpen hast du vor dir, damit du den ausreichenden Druck aufbaust. Das ist eine Heidenarbeit und es ist auch wirklich anstrengend, also wenn du da wirklich... Das wird vor allen Dingen schwerer, wenn der Druck da drin steigt und es ist wirklich eine Affenarbeit. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, ist aber im Prinzip der Konstruktion geschuldet und hat halt auch seinen Sinn. Ich möchte nochmal kurz hier auf das Rad eingehen. Die Idee ist eigentlich ganz cool. Du hast quasi den Stopp-Mechanismus, du ziehst das Ganze raus, damit das quasi entsichert ist. Du hast immer deinen Emergency-Button, in dem du einmal reindrückst, dann gibt der Kocher aus, sobald dir das Restbenzin verbrannt ist. Du ziehst das Ding raus und das Ganze ist im Betriebsmodus. Du hast den Stopp, dann hast du den Startmodus. Im Startmodus gibt der erst mal komplett Vollgas, weil er nicht vorgeheizt ist, weil er nicht vorgeheizt werden muss, ist das am Anfang auch ein ziemlicher Krampf. Weil ich habe meinen Kocher hier stehen, ihr seht hier diverse Einblendungen und das Ding ballert halt total los. Wenn ihr Pech habt oder wenn der Druck nicht stimmt oder wenn der Wind schlecht steht, dann ist das eine exorbitant große Flamme, was nicht gut ist. Und in meinem ersten Versuch ist es tatsächlich passiert, als wir den ersten Test gemacht haben vom Benzinteil sozusagen, da hatten wir sehr trockenes Gras rundherum. Wir haben das Ding extra auf einen Stein, auf einen erhöhten Stein aufgestellt. Ein bisschen trockenes Gras war rundherum, die Flamme war am Ende so groß und so unkontrolliert, dass wir tatsächlich Angst bekommen haben, dass wir den Berg in Brand setzen. Das ist nicht gut. Das sollte nicht das sein, was ein Kocher verursacht, wenn man Wasser kochen will, die Gefahr ins Gefängnis zu gehen. Deshalb sollte man sich gut überlegen, unter welchen Umständen man den Kocher das erste Mal testet, sich auf jeden Fall eine sehr, sehr sichere Umgebung suchen, um auch den Umgang mit ihm zu üben. Denn bei meinem zweiten Versuch beispielsweise ging die Geschichte schon sehr viel besser, was einfach nur daran lag, dass die Übung fehlte und ich beispielsweise das Anzünden ein bisschen zu spät gemacht habe. Es war minimal zu wenig Druck in der Flasche und das war so im Großen und Ganzen ein paar Kleinigkeiten, die eigentlich bei einem normalen Benzinkocher kein Riesenthema wären, hier aber dann doch ein Thema waren. Er ist also in der Handhabung einfacher, aber nur, wenn man es halt durchschaut. Wenn die erste Flamme wirklich groß ist und eine richtige Stichflamme ist, dann muss man das halt einfach aussitzen und warten, bis die Flamme entsprechend blau wird und dann wird sie auch sehr viel kleiner und das Ganze ist sehr viel weniger hektisch. Deswegen, weil ich aber auch weiß jetzt, mit was für einer Wucht die Flamme hier unterwegs ist, kann ich auch ehrlich gesagt sagen, als Kritikpunkt, dieses Set hier vermisst einen Windshield. Ich muss unter verschiedensten Umständen mit einem Benzinkocher kochen können, sonst hat der Benzinkocher per se keine Existenzberechtigung, außer, dass er unter schwierigen Umständen noch funktioniert. Hier ist kein Windshield dabei. Er braucht einen Windshield, denn sobald die Flamme wirklich so unkontrolliert durch die Gegend heizt, sind anderthalb Meter zwar genug Abstand, aber es wird dadurch auch nicht mehr praktikabel. Ich brauche auch eine gewisse Kontrolle über eine Flamme. Egal, ob das jetzt nur die ersten 15 Sekunden ist oder nicht. Übrigens, die ersten 30 Sekunden ist die Flamme ein bisschen unkontrolliert, senkt sich dann ab, wird blau, alles ist wieder gut. Ihr könnt auch währenddessen schon den Topf draufstellen, wenn aber sehr viel Wind geht, könnt ihr auch davon ausgehen, dass euch die Flamme an den Seiten rausschießen wird, wie sonst was. Deshalb, seid da auf jeden Fall vorsichtig und übt ein bisschen, bis ihr das alles wirklich unter Kontrolle habt. Und das aller, aller Wichtigste, sucht euch ein wirklich sicheres Umfeld, in dem ihr diesen Kocher nutzt. Nicht nur zum Üben, sondern grundsätzlich. Diese Teile sind, und da ist der Soto eben keine Ausnahme, nur weil er nicht vorgeheizt werden muss, sind schlichtweg nicht für Zelte, nicht für Vestibüls, für das alles nicht geeignet. Das ist ein absoluter Freiluftkocher, womit man natürlich dann auch über seine Nutzbarkeit ein bisschen diskutieren kann. Das ist aber ebenfalls sehr üblich für Benzinkocher. Die Stichflammengröße zu Beginn ist aber doch etwas, was ich so noch nicht gesehen habe, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Schauen wir uns den Generator selber an. Er hat drei Standfüße, er steht hier gut. Gut, das ist eigentlich auch mein größter Kritikpunkt an ihm, hier steht er gut. Er steht halt überall anders nicht gut. Sobald ich ihn irgendwo in ein bisschen unebenes Terrain setze, merkt man einfach die Standfüße. Es ist nicht wackelig, also die Verarbeitung, wie gesagt, die Verarbeitung ist krass, die ist klasse. Er ist nicht wackelig, aber er hat halt dadurch, dass er so eine filigrane Haltung hat, es fällt ihm ein bisschen schwer, seine eigene Instabilität auszugleichen. So steht er stabil, aber sobald ich ihn auf dem Felsen stehe, muss ich ihn halt 15 Mal rumdrehen, bis ich eine Position gefunden habe, wo er halbwegs steht. Es ist wahnsinnig wichtig, sowohl beim Kocher als auch bei der Flasche, als auch bei der Pumpe und so weiter und so fort, dass das Zeug immer gerade steht. Ergo habe ich keine ebene Oberfläche, kann ich gar nicht kochen. Das trifft auf Gaskocher zum Teil auch zu, aber da gibt es auch andere Lösungen. Der hier braucht einen ebenen Untergrund. Deswegen ist es auch praktisch, wenn man eine Untergrundfolie hat, auf die man den Kocher draufstellt, dann kann man sie nämlich beispielsweise auch sehr gut in den Schnee stellen, damit die Schneeschmelze unterm Kocher nicht so schnell voranschreitet. Über die Kochleistung per se kann ich sagen, die 4 Minuten für die 700 Milliliter Wasser, das hat super funktioniert. Ich war in der Kochleistung sehr einverstanden damit, als er dann quasi beim zweiten Versuch in, sage ich mal, sichererer Umgebung sehr viel besser funktioniert hat. Da war ich super glücklich. Da war ich auch glücklicher als mit meinem Gaskocher beispielsweise. Insofern, ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Wir haben für den Gasaufsatz, damit wir ihn auch mit Gas verwenden können, haben wir eine kleine Anpassung. Was euch sofort auffallen wird, der Standfuß ist dafür gemacht, umgekehrt zu stehen. Kein Problem, er funktioniert auch in die andere Richtung. Also ihr könnt auch einfach die Kartusche, ich habe das Ding immer noch dran, ich weiß gar nicht warum, ihr könnt die Kartusche auch normal hinstellen und das von oben drauf schrauben, funktioniert auch, aber grundsätzlich hat er schon mal einen Standfuß dafür, dass wenn die Kochleistung nicht so ganz dem entspricht, was ihr euch vorstellt, dann habt ihr einen Fuß, wo ihr die Kartusche verkehrt herum draufstellen könnt, macht das Ganze noch mal ein bisschen einfacher, funktioniert dann auch bei kälteren Temperaturen dann noch ein bisschen besser. Unabhängig davon, es ist gut, wenn der Kocher sozusagen vielseitig funktioniert, und das tut er in dem Fall und das ist eben der Gasaufsatz, nicht so viel dazu zu sagen. Was kann ich noch dann zum Packmaß sagen? Wie gesagt, wir bringen alles, inklusive ein kleines Mikrofasertuch mit dem Griff für die Töpfe, das bringen wir alles hier in diese Tasche rein. Wir bringen in diese Tasche dann auch noch das Maintenance Kit, also das Wartungsset, um ihn zu reparieren on the fly, bringen wir hier auch noch rein. Das heißt, dass dieser Umfang, ist das, was ihr an Platz braucht, um den kompletten Kocher exklusive der Flasche unterzubringen, inklusive der Pumpe. Ihr schafft das Ganze, wenn ihr sagt, ich bin sowieso nur mit Gas unterwegs, schafft ihr das sowieso noch mal viel, viel kleiner. Es gibt leider nicht so die praktischen Möglichkeiten, wie beispielsweise beim Windburner und so weiter, von MSR, oder anderen so, Turm aufbauten, sag ich jetzt mal, dass man quasi die Kartusche gleich irgendwie praktisch mit verstauen kann. Das sind dann alles Einzelteile, die im Rucksack rumfliegen. Man kann sich aber natürlich auch einen Packsack machen und dann einfach alles reinschmeißen. Das mache ich grundsätzlich ganz gerne für die Organisation, wenn ich einen großen, unübersichtlichen Rucksack habe, dass ich mir dann einmal die, die, die ganzen Töpfe, das ganze Kocher-Set, im Zweifelsfall halt Benzin- oder Gaskartuschen, dann einfach einmal in den Packsack schmeiße, aber das ist nur so als Tipp nebenbei. Er ist also ziemlich kompakt. Das ist ja auch, glaube ich, der Grund, oder ziemlich sicher der Grund, warum er nicht der stabilste Kocher der Welt ist. Eingeklappt ist er super schnell, ausgeklappt sowieso. Den ganzen Schlauch, die ganze Leitung, wickelst du im Prinzip einmal hier rum und damit passt dir das Ganze eigentlich so halb in eine Faust rein und das macht ihn halt super kompakt, gefällt mir. Er ist ja auch mit 270 Gramm ein absolutes Leichtgewicht, also man kann ja nichts sagen, gibt es ja nichts zu kritisieren. Dass er ein bisschen wackelig ist, ja, meinetwegen, das muss man halt akzeptieren, beziehungsweise für stabilere Modelle bezahlt man zwar nicht mehr Geld, aber du bezahlst halt mit mehr Gewicht beziehungsweise einem schlechteren Packmaß. Das ist einfach so eine Entscheidungsfrage. Die Kochleistung war gut, insofern kann man da nichts gegen sagen, sowohl mit Benzin als auch mit Gas. Einziger, meiner Meinung nach, auch, das kommt immer darauf an, ist subjektiv, aber mein größter, allergrößter Kritikpunkt war eigentlich die Regulierung. Was ich leider nicht geschafft habe, ist, diesen Kocher im Gasbetrieb so zu regulieren, dass ich so auf einem mittleren Bereich köcheln lassen kann. Und das ist nervig, weil ich will ja manchmal nicht voll Gas oder nix. Und was mir tatsächlich beim Gasbetrieb ein paar Mal passiert ist, wie gesagt, die Kochleistung stimmt. Aber, was halt nicht stimmt, ist, dass ich ihn irgendwie immer wieder verloren habe. Ich musste zwei, drei Mal wieder anzünden, weil ich ihn, als ich ihn runter regulieren wollte, einfach an dem Wind verloren habe. Ja, ich habe keinen Windstiefel verwendet und so weiter, ist ja auch nicht dabei. Könnte man ja beilegen. Ist ja nur eine Alufolie. Deswegen, da habe ich ihn ein paar Mal verloren. Das heißt, die Regulierung der Brennstoffmenge sozusagen ist nicht so gut. Er brennt halt entweder Vollgas und dann ist er richtig schnell und richtig gut oder er brennt fast gar nicht oder gar nicht. Und ich dachte vorher, ich bin einfach zu blöd dafür, aber es ist ja nicht mein erster Gaskocher und bei allen anderen funktioniert das ja auch. Da habe ich ein bisschen rumgegoogelt und gesehen, das Problem haben einige. Deshalb, ja, blöd. Bei der Pumpe funktioniert das deutlich besser. Ich finde ja dieses Ventil so geil. Wir gehen in den Run-Betrieb und dann haben wir hier wirklich eine sehr feine Abstufung. Und dann, wenn ihr fertig seid, dreht ihr einfach immer weiter, immer weiter in den Air-Mode. Es kommt nur noch Luft raus, ganz am Restbenzin verbrennt. Ihr seid einfach fertig. Ihr geht nochmal in den Stopp-Modus, drückt das Ding rein. Fertig, einfach fertig. Das ist halt super, wie sagt man das am besten? Einfach bedienungsfreundlich. Rausziehen und einfach immer im Kreis drehen. Nächster Schritt, nächster Schritt, einfach immer weiter im Kreis drehen. Und dann auf Air und dann auf Stop und fertig. Das finde ich halt cool. Das finde ich einfach super geil gemacht. Ganz ehrlich, finde ich richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Der Gaskocher hat eine gute Kochleistung. Er hat ein gutes Packmaß. Er hat ein gutes Gewicht. Er hat keine gute Stabilität, also er hat keinen guten Stand. Sagen wir es mal so. Das liegt an seinem Gewicht, das liegt aber auch an seiner Konstruktion, wie er eben seine Füßchen halt hier so konstruiert hat. Sehr, sehr starr, sage ich jetzt einfach mal. Die Anpassung und Regulierung der Leistung ist schwierig. Bei der Pumpe geht es ziemlich gut. Bei Gas geht es ziemlich nicht gut. Und abgesehen davon gibt es aber gar nicht so viel zum Kocher zu sagen. Was ich ganz geil finde, was ich hier an der Stelle auf jeden Fall erwähnen will, er brennt halt mit allem, was Benzin ist. Und das rußfrei. Das heißt wartungsarm. Wartungsarm ist natürlich praktisch, wenn du viel oder vor allen Dingen lange in der Gegend unterwegs bist und so Sachen wie ein Waschbenzin halt nicht kriegst. Waschbenzin ist was, das kriegst du in, also hinter der Grenze von Österreich, glaube ich, kriegst du sowas an Tankstellen nicht mehr. Wenn du nach Osten gehst. Das heißt in Asien und so weiter kriegst du halt Diesel. oder Benzin oder sonst was. Aber definitiv kein Waschbenzin. Und deswegen ist es wichtig, dass solche Kocher auch damit funktionieren, wenn sie schon Benzinkocher sind. Und der funktioniert damit, gerade mit Super 95, funktioniert der halt auch so gut, dass du ihn nicht mal reinigen musst. Das ist halt geil. Ohne Scheiß. Das finde ich einfach super geil. Du hast... Wahnsinn. Ein Benzinkocher ist eigentlich halt so eine dreckige Angelegenheit. Du hast den ganzen Ruß. Du hast verstopfte Kanäle. Das ist einfach gut. Das geht. Und das finde ich cool. Und das ist, glaube ich, einfach so das wichtigste Feature. Ich weiß nicht, was Soto jetzt sagen würde, was deren wichtigstes Feature ist, dass man ihn nicht vorheizen muss, dass man ihn nicht so viel reinigen muss und so weiter. Aber ich würde sagen, das ist das coolste Feature, dass er einfach wartungsarm ist und, ja, dass man ihn halt nicht vorheizen muss. Das finde ich richtig cool. Weil das macht ihn bedienerfreundlich. So, genug geredet. Schauen wir uns jetzt den Preis an. Die unverbindliche Preisempfehlung beim Stormbreaker, Stom, Stormbreaker, liegt bei 244 Euro. Das ist im Vergleich zu irgendwelchen 70 Euro Gaskochern natürlich eine gigantische Menge Münzen. Aber man muss den Kocher natürlich auch mit seinesgleichen vergleichen. Der Primus Omnifuel beispielsweise kostet das gleiche Geld, ist aber etwas klobiger und muss natürlich vorgeheizt werden. Sämtliche MSR-Kocher müssen ebenfalls alle vorgeheizt werden. Der Optimus Polaris kostet ebenfalls das gleiche Geld, bringt 700 Watt mehr Leistung, ist aber auch schwerer und muss ebenfalls vorgeheizt werden. Der Kocher steht also, wenn man Preis und Leistung miteinander vergleichen will, ziemlich gut da. Womit wir auch endlich, endlich zum Fazit kommen können. Ja, der Kocher hätte fast einen Großbrand ausgelöst. Nicht unbedingt, weil ich der größte Idiot war, sondern weil ich die Warnung mit der großen Flamme beim Anzünden von der Bedienungseinleitung sagen wir unterschätzt habe. Wenn ein Sturm weht und man kein Windshield nutzt, dann macht euch jedenfalls auf was gefasst. Sagen wir es so. Im zweiten Anlauf als Benziner hat er mich aber sehr glücklich gemacht und auch ziemlich überrascht. Auf Vollgas sind die 750 Milliliter 8 Grad kaltes Wasser in 4 Minuten gekocht. Bei leichtem Wind und ohne irgendeinen Schutz. Das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Auch der Verbrauch hat mich nicht überrascht und ich habe die erste Flasche nicht annähernd leer bekommen. Als Gaskocher ist er lächerlich einfach zu bedienen. Die Regelung der Flamme funktioniert bei Gas aber mehr schlecht als recht. Ich dachte erst, es sei ein Produktfehler, aber viele andere Berichte im Internet haben das Problem ebenfalls genauso geschildert. Im Benzinbetrieb ist er zu Beginn irgendwie zickig und will halt gebändigt werden. Es braucht also Übung. Aber am Ende des Tages tatsächlich viel weniger Übung als bei anderen Benzinkochern, die vorgeheizt werden müssen. Logisch halt. Die Pumpe hat mir halt besonders gut gefallen, denn an ihr dran ist eben gleich die Regelung. Man dreht im Prinzip von Start bis zum Ende des Kochens immer im Uhrzeigersinn weiter, bis man fertig ist. Deppen einfach, logisch aufgebaut. Verstehe ich sogar auf 7000 Meter mit Hirnodee. Was mir wirklich aufgefallen ist, er ist wackelig. Als Gaskocher sollte er also eine ordentliche Unterlage bekommen, als Benzinkocher ebenfalls beziehungsweise im Schnee eingesetzt werden, um stabil zu stehen. Aber Achtung, natürlich den Schmelzprozess unter dem Kocher bedenken. Deshalb kommen wir jetzt mal zum Punktespiel. Technische Ausrüstung kriegt bei mir etwas andere Bewertungskriterien als Bekleidung. Alles andere wäre natürlich auch Quatsch. Es gibt für Robustheit 10 von 10 Punkte, Wartung 10 von 10 Punkte, Bedienung 7 von 10 Punkte, Leistung 10 von 10 Punkte, Preis 8 von 10 Punkten. In diesem Sinne, wenn euch der Kocher gefallen hat oder wenn euch das Review gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen mit Benzin, Gas, Kerosin, Spiritus, Meerschweinchenkochern, was auch immer habt. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!